Wo derzeit offenbar eine große Nachfrage nach Silber herrscht und wie es charttechnisch bei Silber aussieht. Alles das jetzt in den nächsten Minuten und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Capital.com. Mein Name ist Hermann Körkermann und bevor wir durchstehen, empfehle ich dir den Kanal direkt zu abonnieren, denn jede Woche erwarten dich neue, interessante und spannende Videos rund um das Thema Börse, Finanzen und Trading. Gold hat ja eher so den Status als Krisenwährung, zum Beispiel bei geopolitischen Themen oder auch als Inflationsschutz. Silber hat dazu noch eine andere Funktion. Silber wird auch viel benötigt in der Industrie als wichtiger Rohstoff. Und so heißt es, dass die Energiewende einer der größten Treiber der Silber-Nachfrage ist. Silber kommt einer Schlüsselposition in der Solarindustrie zu und so berichtet jetzt das Online-Portal das Investment.com, dass es eine Analyse gibt, basierend auf den Daten der Energy Research Abteilung Bloomberg NEF. Und dort heißt es, dass alleine dieses Jahr rund 250 Millionen Unzen Silber benötigt werden zur Herstellung von Photovoltaikanlagen. Und das würde rund 30 Prozent des weltweiten Silberangebots entsprechen. Wie es charttechnisch momentan bei Silber aussieht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an auf der Plattform von kerbez.com. Los geht's. Los geht's. Wie gewohnt im Wochenchart. Und da verschaffen wir uns zunächst erstmal wieder einen Überblick. Und wir sehen es, dass wir hier einen Aufwärtstrend bekommen haben. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur und wieder Bewegung. Das heißt, wir haben aktuell die Situation, dass sich dann in der letzten Woche auf Wochen-Schlusskursbasis das Chartbild etwas eingetrübt hat. Das heißt, wir haben hier in der Charttechnik eher ein bärisches Signal bekommen. Jetzt hier in der laufenden Woche sehen wir, dass der Kurs immer wieder versucht anzuziehen. Aber jetzt aktuell derzeit haben wir noch kein höheres Hoch ausbilden können. Schauen wir uns zunächst mal an, was noch ein bisschen auffällig ist. Positiv zu bewerten haben wir hier, dass wir hier eine Aufwärtsbewegung bekommen haben, die mit einem starken Impuls unterlegt war. Dann ganz klassisch hier die entsprechende Korrektur. Sogar dreiteilige Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und dann sind wir hier wieder nach oben herangelaufen. Auch hier in der Kerze sehen wir, dass wir wieder Impuls bekommen haben. Was mich aber dann an der ganzen Geschichte stört, sind zweierlei Sachen. Zum einen, wir sehen es hier, wir haben in diesen Wochenkerzen entsprechend tiefe Korrekturen. Das heißt, nach dem Impuls ist die Kerze oder der Kurs immer wieder recht weit in die vorangegangenen Kerze hineingelaufen. Das ist aus charttechnischer Sicht zumindest mal für mich unser erstes Bahnsignal, dass das nicht so viel unterfüttert ist mit Power nach oben. Wie wir es beispielsweise hier in dieser Kerze gesehen haben, wir sind kurz zurückgekommen und dann wieder mit Schub nach oben. Hier sehen wir das Gleiche, sondern es war eher schwierig. Das haben wir hier zum Beispiel auf der Unterseite hier die Bewegung da. Also immer wieder tiefe Korrekturen und dann hat sich das Ganze entsprechend umgekehrt. Also hat das Ganze entsprechend gedreht. Also das Erste, was mich gestört hat. Das Zweite, was mich dann hier ein bisschen gestört hat, war, das sehen wir hier, wir haben hier die Top-Bildung. Und dann eben per Schlusskurs sind wir nicht hier eben entsprechend nach oben per Schluss über das vorherige Top herausgekommen. Das heißt, wir haben hier wieder Schwäche in den Markt bekommen. Dementsprechend dann auch im Nachgang sehen wir, dass wir diese rote Kerze bekommen haben. Wir haben zwischendurch kein höheres Hoch bekommen, sondern direkt hier sind wir nach unten weggefallen und auch per Schlusskurs unter den vorherigen Kerzenkörper gefallen. Das bedeutet nicht, dass wir zwingend jetzt eine Korrektur bekommen müssen, sodass der Kurs hier nach unten wegfällt, sondern es ist lediglich erstmal ein Warnsignal, dass hier Schwäche in den Markt hereinkommen könnte. Es kann auch umgekehrt laufen, dass wir hier nachhaltig wieder auch per Wochen-Schlusskursbasis nach oben durchlaufen. Also das Ganze bleibt erst noch aus meiner Sicht abzuwarten. Deswegen ist für mich erstmal wichtigster Widerstand auf der Oberseite bei rund 32,25 Dollar. Auf der Unterseite hätten wir einen Bruch des Aufwärtstrendes, wenn wir hier unter dieses Tief fallen würden, so grob über 26 US-Dollar. Wir sehen es ja hier, wir haben hier die Bewegung, die Korrektur, dann wieder die Bewegung. Da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Das sollten wir allerdings hier nach unten durchbrechen. Vielleicht noch mit der leichten Korrektur wäre für mich auf der Unterseite die wichtigste Unterstützung. Hier im Wochenschart grob bei 24,58 Dollar. Wir sehen es aus diesem Bereich heraus. Da haben wir noch mal diesen schönen Impuls nach oben bekommen, mit dieser leicht hier zu sehenden kleinen, leichten Konsolidierung. Und dann sehen wir auch parallel dazu, dass wir an dieser Marke noch nicht zurückgekommen sind, also noch keinen Retest an dieser Stelle gehabt haben. Der gleitende Durchschnitt tendiert noch hier unten bei grob 21,95 Dollar. Der könnte also noch unterstützenderweise nachlaufen. Und wir sehen auch, wir sind hier im RSI wieder überkauft noch überverkauft. Eben tagischer Art. Ja, da sehen wir es. Haben wir Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Hier eben auch das identische Problem, dass wir auch auf Tagesschlusskursbasis nicht über die vorangegangenen Tops, über die vorangegangenen Hochs hinausgekommen sind. Wir sehen auch hier eben entsprechend, dass wir diese Kerzen haben mit diesen tiefen Korrekturen, nicht so wie hier, wo wir entsprechend einen Impuls bekommen haben. Und somit dann im weiteren Verlauf sehen wir, dass dann hier der Kurs weggebrochen ist, also entsprechend korrigiert hat. Wir sehen auch, wir haben hier das letzte Tief, also hier das Hoch, hier das Hoch und dann eben hier den Aufwärtstrend gebrochen haben. Das heißt, wir sind aktuell trendlos. Der Aufwärtstrend wäre wieder aufgenommen, wenn wir hier oben bei grob 33 US-Dollar nach oben hinauslaufen würden. Und der Abwärtstrend wäre intakt, wenn der Kurs hier nach unten wegfällt, also unter das Tief, so grob bei, wo sind wir hier, etwas über 30 US-Dollar. Dann hätten wir einen entsprechenden Abwärtstrend. Interessanteste Unterstützung für mich hier im Chartbild ist aktuell grob der Bereich bei 27 US-Dollar 87. Wir sehen es hier aus diesem Bereich so ganz grob heraus. In der Vergangenheit haben wir hier Impuls bekommen, kurze Korrektur, Impuls, Korrektur, Impuls. Dann sehen wir, dass wir hier eine kurzfristige Unterstützung hatten, die einmal durchbrochen worden ist. Und dann sehen wir, dass mit diesem Wiederanstieg und dem Bruch des vorangegangenen Hochs dann hier entsprechend nochmal eine Unterstützung sich ausgebildet hat und wir sehen, dass wir eben trendartig nach oben gelaufen sind und neue Hochs ausgebildet haben. Auch hier eben der Faktor, dass wir noch keinen entsprechenden Retest gesehen haben. Im Best Case, wenn der Markt runterfällt, läuft er hier in diesem Bereich. Recht schadtechnisches Signal, um dann nochmal vielleicht eine Gegenbewegung einzuleiten. Der gleitende Durchschnitt ist entsprechend hier auch auf dem Weg und wir sind aktuell weder überkauft noch überverkauft, zumindest hier anhand des RSI. Die möglichen Widerstand würde ich gleich behalten. Wie im Wochenschart bei 32,50 Dollar, so grob. Denn wir sehen es hier aus diesem Bereich heraus, haben wir da einen entsprechenden Abgabedruck bekommen. Es ist durchaus möglich, dass wir dann hier nochmal in diesem Bereich einen leichten Retest sehen. 32,25 ist es nicht 32,50 Dollar. Damit sind wir schon im Stundenschart und selbst im Stundenschart sehen wir, dass das neue Hoch nicht per Schlusskurs ausgebildet worden ist. Wir sehen auch hier, wir haben hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, dann Bewegung, hier das zwischenliegende Tief. Da haben wir dann den entsprechenden Bruch und dann geht es weiter, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das heißt, wir haben hier nochmal einen entsprechenden starken Impuls nach unten bekommen. Und dann sehen wir hier im weiteren Verlauf, dass wir eine längere Seitwärtsphase hatten. Hier nochmal der Versuch, an der Unterseite nach unten durchzubrechen. Das ist eben entsprechend nicht gelungen. Und dann sehen wir eben hier, wo wir eben diesen Trend haben, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Sodass wir dann hier in diesem Bereich diesen Trend zunächst erstmal gebrochen haben und jetzt derzeit hier im Stundenschart sehen, dass sich hier im Stundenschart zunächst erstmal aus technischer Sicht ein Aufwärtstrend ausgebildet hat. Da bleibt es abzuwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt, ob das ein Fehlausbruch wird und wir vielleicht sogar nach unten hier wieder wegfallen oder ob das wir eine kurze Korrektur bekommen, grob in diesem Bereich. Und dann der Markt wieder nach oben zieht. Zumindest erstmal wichtigster Widerstand auf der Oberseite, 32 US-Dollar, 25, wie auch eben im Wochen- und im Tageschart auch. Und Zweckssichtbarkeit jetzt hier sind aufgeräumt auf der Unterseite wichtigste Unterstützung, grob bei 30 US-Dollar, 31, also hier in diesem Feld. Denn wir sehen, wir haben hier ordentlich Schub nach unten bekommen, dann die Korrektur und dann ist es hier nicht gelungen, eben den Kurs weiter nach unten durchzudrücken, sondern wir haben diese Konsolidierungsphase bekommen und haben von da aus dann wieder hier entsprechend Impuls nach oben bekommen. Hier nochmal Impuls und dann jetzt aktuell hier auch nochmal den Impuls. Also von daher für mich auf der Unterseite die wichtigste Unterstützung, 30 US-Dollar, 31. So, das war zu meiner Einschätzung rund um Silber, wie es weitergeht. Das bleibt natürlich zunächst erstmal abzuwarten, aber zumindest haben wir uns vorbereitet mit den entsprechenden Widerstands- und Unterstützungswagen im Wochen-Chart, im Tages-Chart und im Stunden-Chart. Denkt bitte mal dran, alles was wir hier im Video und im Chart zu besprechen, das kann so kommen, das muss nicht so kommen. Ich hoffe jedenfalls, das Video hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da und vergiss dich, den Kanal direkt zu abonnieren, dann bist du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Traden, mach's gut, bis zum nächsten Mal.